Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Crypto-Family und liebe Cardano-Fans. Wo Ethereum eigentlich gesagt hat, das ist unser Jahr 2022, kommt doch aus dem Schatten heraus ein, ich sage mal, nicht unbekannter, nämlich Cardano mit ADA. Sie haben nämlich jetzt einiges an Upgrades vorgesehen, die sehr interessant und spannend sind, die möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Ja, liebe Freunde, nach dem Alonso-Upgrade war lange, lange still. Man hat dann so Mitte Januar mal was gehört, was so der Plan ist von Cardano mit iHawk, die eben genau das Blockchain-Thema für Cardano entwickelt. Und da muss ich sagen, Freunde, da hat sich einiges getan. Ich kann nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, für das ist dieser Bericht eigentlich viel zu gross. Die Upgrades und Updates sind zu mächtig. Dafür verlinke ich natürlich beide Links in den Beschreibungen. Also einfach mal reinklicken und natürlich anschauen. Ja, Cardanos Februar-Veröffentlichung wird spannend natürlich, eben weil es natürlich mehrere Code-Releases gibt. Für sie ist es wichtig, dass sie Vorhersehbarkeit der Bereitstellung für das Ökosystem höchste Priorität hat, dies zu verbessern. Nach der Bereitstellung von Smart Contract-Funktionen mit dem ganzen Alonso-Update konzentriert sich Cardano nun auf die Leistungsoptimierung und die Skalierung. Das Interessante hierbei ist, dass Cardano festgestellt hat, dass die Vielzahl von dezentralen Anwendungen von D-Apps und eben auch von den Börsen mit Dex auf dem Markt kommt. Und es kommen noch viele, viele mehr dazu. Da bin ich jedenfalls sehr gespannt, was sich da alles noch androht. Ja, wir wissen ja, dass die, zum Beispiel Cardano mit ihrem Ökosystem, natürlich sehr oft früher informiert sind. Und wenn sich da irgendwas tut, müssen sie auch, denn oftmals wird ja noch einiges im Vorfeld getestet. Ja, also sie sagen jetzt, dass 2022 wird ein sehr spannendes Jahr für die Cardano und eben die Plattform, um eben nachhaltige Finanzen für echte Menschen bereitzustellen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das dann dezentrieller über die Governance reguliert wird. Das werden wir dann sehen im Laufe dieses Jahres, sofern jedes Update vollzogen wird. Ja, am 14. Januar kam eben eigentlich schon die Information, wir werden Cardano im Jahr 2022 skalieren. Ich bin da nicht grossartig drauf eingegangen, weil ich zuerst mal gedacht habe, ja, okay, es ist mal wieder heisse Luft und man muss wieder mal irgendwas tun, damit irgendwas kommt. Ja, nach dem Alonso-Update war sehr vieles. Nicht da viele Anleger, Investoren haben dann im Minus verkauft, weil sie Angst hatten, ja, da fällt ja noch weiter, es waren Scams, es waren Fehler und so weiter und so fort. Ja, aber was kommt denn alles? Fast dürfen wir uns spannend freuen, dass eines mal die Blockvergrösserung, ja, aktuell sind wir von 8K auf 72K gesteigt, aber da wird das Ende noch nicht erreicht sein. Also auch hier wollen sie auf jeden Fall die Blockgrösse noch einmal erweitern und das ist, ja, umso grösser natürlich der Block, umso mehr Transaktionen kann er tragen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Dann, ja, die Blockausarbeitungszeit, der wird auch ebenfalls spannend für die Validierung. Das Ziel darin besteht, dass Blöcke innerhalb von 5 Sekunden mindestens 95% des PS weitergegeben werden, indem die Todzeit zwischen den Blöcken reduziert wird. Also auch hier, sehr interessant, da kann man aggressiver die Skalierung vornehmen. Da bin ich sehr gespannt, ob das dann auch super funktioniert, ja, muss man dann auch anschauen. Und was ich ebenfalls interessant fand, ja, da gab es extrem viele Updates. Also nochmal, klickt auf den Link, schaut es durch. Das finde ich sehr interessant, dass das Hydra, und zwar hat nichts mit Marvel Hydra zu tun, keine Sorge, führte eine Familie von Layer-2-Protokoll ein, einschliesslich Isomorpher-Zustandskanal, um den Durchsatz zu maximieren, die Latenz zu minimieren, geringe bis keine Kosten zu verursachen und Speicherbedarf erheblich zu reduzieren. Sehr interessant. Also auf der einen Seite werden Sie den Speicher erhöhen, Sie werden die Blöcke erhöhen, gleichzeitig nutzen Sie das Layer-2-Protokoll, das machen mittlerweile sehr viele, ja, um eben auch Kosten zu sparen. Das heisst, es wird noch günstiger. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, inwiefern das eben ausschlaggebend sein wird. In der Kette natürlich dann auch zugestellt, übers Hauptbuch der Hauptkette, also wie sich das Ganze entwickeln wird, ohne Fehler etc. Da bin ich sehr, sehr gespannt und bin dann auch sehr gespannt an die kompletten Partner. Da draussen gibt es natürlich durch diese vielen Updates sehr viele neue Opportunities für Cardano. Also viele neue Betriebe können sich da anschliessen. Ich würde sogar behaupten, dass das System, was Jota aktuell führt, durch das System Cardano komplett abgelöst werden könnte. Das ist sehr interessant, bin ja sehr gespannt, inwieweit das geht. Ja, und aktuell würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ab in die Chart-Analyse hinein und schauen mal, was wir da noch finden können. Ja, und wenn man jetzt das Cardano-Chart anschaut, dann sehen wir, dass wir ja endlich aus unserem Upfalling-Wedge hier ausgebrochen sind. Was man dazu vielleicht noch sagen müsste, was sehr interessant ist, ist eigentlich die Spitze hier vorne. Wir haben uns zwar hier nochmal nach unten auf diese Linie gekämpft. Das haben wir auch damals festgestellt, dass wir das auch tun. Und auf diesem Niveau hier, jetzt in dieser kürzen Sitze, würde ich jetzt hier definitiv vom Lower Low zum Higher High mal die Fibonacci hinstellen. Wir sehen also, wir sind hier aktuell in einer Distributionsphase. Wir sehen aber, dass wir uns eigentlich schon sehr bullisch kreuzen. Was jetzt kommt, wir haben ein Flippening, also diese braunen Linie mit der blauen Linie sich swappt. Das ist ein Flippening in der Swiss CryptoJ Ribbon. Das bedeutet jetzt erstmal, dass wir ein leichtes bullisches Signal haben und das eigentlich sehr bullisch sein kann. Aber das ganz, ganz grosse bullische Signal wäre, wenn sich diese 200er EMA danach mit der Ribbon hier kreuzt. Ja, das wäre dann ein richtig bullisches Zeichen. Aktuell sehen wir das noch nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn bei Bitcoin noch der Double Bottom gebildet wird, dann ist es möglich, dass wir nochmal fallen werden. Wie weit, das wäre eben interessant. Aus diesem Grund habe ich die Fibonacci erstmal aktuell so eingezeichnet. Weil so sehen wir, dass wir die Möglichkeit hätten, hier beim 0,32 nochmal zu rechecken, nochmal hochkommen. Oder ob wir dann tatsächlich beim 0,5 erst Luft holen und dann nochmal nach oben kommen. Also wichtig ist jetzt, dass wir diese tiefen Wellen, die wir jetzt gemacht haben, die haben wir hier beendet. Das ist sehr, sehr wichtig. Also hier haben wir das beendet. Und hier oben müssen wir jetzt schauen, wie es weitergeht. Also aktuell ist es so, dass es eine Möglichkeit wäre, eine solche Welle zu bauen. Und dann nochmal hoch. Das wäre jetzt ein aktuelles, mögliches Verhalten von Cardano. Wenn man jetzt aber auch noch sagt, okay, wir wollen schauen, haben wir denn den Ausbruch überhaupt schon irgendwie geschafft, dann gehen wir natürlich zum Anfang hin und sehen, dass das 0,32 auf dem Niveau ist von 1,09 Dollar. Aktuell traden wir Cardano bei 0,94 Dollar. Also alles immer noch unter einem Dollar ist immer noch sehr, sehr günstig. Ich habe übrigens für mich, das ist keine Kaufempfehlung, gestern noch einmal Cardano nachgekauft. Weil ich finde, der Preis aktuell ist immer noch sehr interessant. Obwohl ich noch damit rechne, dass wir hier nochmal ein bisschen runterfallen. Vielleicht nehme ich hier nochmal die obere Trendlinie des Falling an, bevor es dann wieder nach oben geht. Und das aktuelle Ziel, das wir hätten aus diesem Falling-Vedge heraus, das wäre aktuell bei 1,21 Dollar oder 20 Dollar Cent. Das wäre unser aktuelles Ziel. Da bedeutet es eben, hier hinzukommen, wenn man jetzt noch einmal die Fibonacci nimmt und wir setzen es auf unser Ziel-Target, dann sehen wir aktuell auch, dass wir beim 0,05er hier ein bisschen unsere Probleme haben. Und erst wenn wir dieses 0,05er durchbrochen haben, wissen wir, okay, wir haben die Korrekturphase hinter uns, wir gehen jetzt weiter nach oben. Und gleichzeitig würde es dann auch bedeuten, wir würden hier langsam aber sicher die MA200 und die Swiss CryptoJay-Ribbon sich kreuzen. Somit hätten wir einen Bullischen Cross. Das wäre sehr interessant. Optimal wäre eine kleine Seitwärtskonsolidierung dann runter. Oder man kann sogar sagen, wir gehen kurz runter, mal hoch, hier ein bisschen seitwärts und dann hoch, wenn wir den Cross haben zwischen den beiden Indikatoren. Ja, Freunde, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aktuell also eher ein bisschen bullische Stimmung. Natürlich auch ein bisschen getrieben durch den tollen Abschluss, den wir noch kriegen konnten im Februar von Bitcoin. Also sind wir weiterhin gespannt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich sage Tschüss aus der Schweiz und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. – Okay. Bis zum nächsten Mal.